Du wolltest doch gar nicht Silent Assassin machen. Ja, ich wollte aber auch nicht so Ass sein wie du. Also wenn schon richtig. Was, wenn schon richtig? Ich habe einen gekillt und du willst ohne Ass sein? Wie ohne Ass sein? Du hast gesagt, du willst nicht Ass sein, also willst du ohne Ass sein. Ja, weniger Ass als du. Ich glaube mal. Aber mit mehr Buttermilch. Viel Spaß bei mehr Buttermilch und weniger Ass. Können Sie aufhören, Dr. Dr. Hitman hier ihre komischen... Ich habe nur eine Hand und keine Augen, okay. Was machst du da drin? Der Koch würde doch dieses Messer in den Magen rammen. Er ist kein Koch. Oh doch. Was am Reim? Der macht gar nichts. Der hat nur so ein scheiß Messer. Der hat ein Messer, weil ihm was anderes fehlt. Schon wieder die Klavierseite. Hier wird der Mord begangen, anstatt einfach mal hier mit der Betäubungsspritze... Jetzt kannst du Koch werden. Das ist deine Chance für eine Karriere auf dem Schiff. So, ich kennzeichne meine Morde mit einem Messer. Ah, fuck you! Kommt der auch gerade jetzt rein, ey? Unnötig. Warum haben ja eigentlich alle Waffen auf diesem Fuckschiff? Äh, ja. Das frage ich mich auch. So. Herzlich willkommen zu... Leute, Leute. ...zu mehr Buttermilch und weniger Ass.